Norddeutscher Rundfunk 2021 Kollege, mach die Tür zu! Hier dran ist ein Wehm, aber nicht mehr. Ja, aber guck, der ist schön jung. Dann gibt's saftiges Gulasch. Hey, Kollege, du! Oh, hier! Spaghetti Cavalli mach ich aus dir! Kommst du mir mal um dabei, ja? Opa, das musst du anders machen. Wir gewinnen! So, guck mal! Scheiße! Blöder Kaul, du! Ganz ruhig, ne? Jetzt krieg ich! Opa! Der hat mich getreten! Ich krieg ich! Lass stehen! Preußens, Glanz und Gloria. Oder was noch davon übrig ist? Hör mal hier, den Maxen kennst du doch noch, oder? Der ist ja immer noch lampfromm. Oma, ich reite nicht mehr. Die gar kein bisschen mehr? Später vielleicht, oder? Ich geh's Schweintaufen. Wendy? Wendy! Da lang! Pferd, da lang! Ich hasse Pferde! Verschwinde! Los! Ich hasse Pferde! Hörst du? Hau endlich ab! Hörst du? Hörst du? Hörst du? Hörst du? Hörst du? Du kannst hier nicht bleiben. Hier findet dich der Metzger. Komm! Wir müssen dir ein Versteck suchen. Bis ich weiß, wo du hinkannst. Ich bring dich zur Schöne hinter dem Fluss. Komm! Schmeißt du nicht? Geht doch, oder? Ich taufe dich. Dixi. Musik Wunder vom Gas, Tom! Mach langsam! Welcher Teil von Mach langsam ist denn bitte so schwer zu verstehen? Ich hab's im Blut, Oma. Wahnsinn! Tom! Mutter! Alles okay? Oh oh. Mutter ist nicht gut. Runter. Aber sofort. Poster. Hast du fein gemacht? Es ist nur in dich gefahren! Ja, ich sag ja gar nichts. Sag mal härter! Sag mal, habt ihr mal eine Klatsche? Da verbiete ich gerade erst mal, der Tochter auf diesem verrückten Pferd zu reiten und dir fällt nichts Besseres ein, als meinen Sohn mit noch mehr PS umbringen zu wollen. Übertreib doch nicht so. Wann bist du zum ersten Mal Motorrad gefahren? Der Junge langweilt sich. Ja, mit 18, wie sie es gehört haben. Offiziell, aber heimlich mit 12, meinst du? Der Gerhard hat mir das nicht erzählt. Ach ja. Ja, auch nicht mit seinem... Mutter. Ja. Was heißt hier immer Mutter? Die Frau kenn ich gar nicht. Wendy, schön, dass du da bist. Das war kein Sommer ohne dich. Trefft Wendy und seht, wie alles begann. Hör mal hier, den Max, den kennst du doch noch, oder? Oma, ich reite nicht mehr. Wie, gar kein bisschen mehr? Ich hab's doch immer gesagt. Das Wichtigste, wenn einer vom Pferd fällt. Sofort wieder aufsteigen. Ein besonderes Mädchen findet ein außergewöhnliches Pferd... Du hast Angst. Ich auch. ...dass ihr Leben für immer verändert. Ich kaufe dich. Dixie. Was ist das denn? Das ist Dixie. Mein Pferd. Es ist mir zugelaufen. Ich hab's gerettet. Guck mal, sie reitet wieder. Bravo! Ist alles okay? Nichts passiert. Der Spaß ist jetzt vorbei. Ich verbiete dir, dich noch einmal auf dieses Pferd zu setzen. Diesen Januar... Ich muss Papa überzeugen, dass wir zusammen gehören. ...erlebt den Zauber einer einzigartigen Freundschaft. Auf keinen Fall steigst du auf das Pferd. Weil es nicht so funktioniert wie alle anderen? Bin ich dir peinlich? Weil ich keine Turniere mehr reiten will? Tom, du fährst mir eine gesenkte Sau. Ich weiß. Hey, pass mal auf, du Schützer. Jetzt bin ich die Nummer eins hier und bleib das auch. Schluck Schnecken, du Brokkoli. Wenn ich so bin, ich bleib immer. Wir zwei sind von früher bestimmt. Wendy, der Film. Ab 26. Januar im Kino. Wir müssen Sie aufhalten, bevor Sie die Wahrheit herausfinden. Ich mach so. Und Sie alle so, oh nein, Kargamel. Und ich so. Glauben Sie, wie läuft? Ganz gut, glaub ich. Das ist so eine Art Monster. Nein, das ist kein Monster. Das ist ein Mann mit Schulterpolster. Es gibt nur einen Schurken, dessen Modegeschmack so veraltet ist. Endo! Balthasar Brett.